Ein Anwalt versucht, das Schmutzige in unserer Gesellschaft zu verdrängen. Sie unterschlugen den Bericht. Aber ich weiß nicht, woher er das wissen konnte. Er war Analphabet. Und erfährt... Sam, da draußen ist jemand. ...alles Verdrängte kommt irgendwann zurück. Verschwinden Sie sofort von meinem Grundstück! Die Rache ist mein. Meine Zeit ist nahe. Man hat Gerechtigkeit. Er hatte wohl im Knast eine Menge Langeweile. Haben Sie mich verfolgt? Das ist eine Kleinstadt, da stößt man ständig aufeinander. Cape Fear Am liebsten würde ich ihn töten. Bei Kinowelt TV Anwalt! Ich bin nicht so ein weißes Stück Scheiße. Ich bin besser als ihr alle! 20 Jahre Qualität 50 Jahre Qualität 1 bis 2. 2 bis 3. 5 bis 4. 5 bis 4. 5 bis 5. 6 bis 3. 6 bis 4. 6 bis 4.